Hallo ihr Lieben, auch heute habe ich nochmal eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um dieses Buch hier gehen. Wintersong von S.J. Jones und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes ist nochmal ganz kurz vorweg, ich habe das Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Und ja, ich habe Wintersong vor ungefähr einer Stunde fertig gelesen und ich habe die ganze letzte Stunde jetzt überlegt, was ich euch zu diesem Buch sagen kann, denn ich bin bei diesem Buch echt richtig zwiegespalten. Also einerseits finde ich die Geschichte echt richtig cool, ich finde das Ganze drum und dran richtig cool und auf der anderen Seite denke ich mir, was war das? Also ich bin absolut im Zwiespalten mit mir und meiner Person, was dieses Buch betrifft. Aber ich dachte mir, ich drehe das jetzt trotzdem, bevor ich nochmal eine Nacht drüber schlafe, denn dann habt ihr gleich meine frischen Gedanken und ich habe alles noch ganz frisch im Kopf. Und ja, ich erzähle euch erstmal, worum es in diesem Buch geht. In Wintersong geht es um Liesel und Liesel lebt mit ihrer Familie auf einem Gasthof. Also ihre Familie gehört auch der Gasthof und Liesel hat halt schon sehr früh lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen. Also sie kümmert sich immer um ihre kleinere Schwester und um ihren kleineren Bruder, wobei man sagen muss, dass ihre Schwester, glaube ich, ein Jahr jünger ist wie sie und ihr Bruder ist, glaube ich, fünf Jahre jünger. Also Liesel ist 19 und ihr Bruder ist 14 und also es sind jetzt keine kleinen Kinder mehr. Aber sie kümmert sich halt trotzdem um ihre Familie, da ihre Eltern halt sehr, sehr viel mit dem Gasthof zu tun haben und Liesel hat sich halt deswegen ihr ganzes Leben immer stark zurückgenommen. Dann ist es noch so, dass Liesels Schwester die Schönheit des Dorfes quasi ist. Ihre Schwester heißt Katharina, wird aber von allen immer nur Käthe genannt. Und Käthe ist sich ihrer Schönheit auch bewusst und nutzt das alles auch allem und jedem gegenüber ein bisschen aus und schafft es, jeden um den Finger zu wickeln. Und ja, das schafft sie natürlich auch mit Liesel und Liesel ärgert das immer. Und Liesel ist halt die hässlichere Schwester von beiden. Dann ist es eines Tages so, dass Liesel mit ihrer Schwester auf den Markt geht. Sie sollen einen Geigenbogen für ihren Bruder abholen, den haben sie neu bespannen lassen. Und auf diesem Markt befinden sich verschiedene Händler. Und da ist ein Händlerstand, von dem werden sie quasi wie magisch angezogen. Dieser Händler verkauft frisches Obst, obwohl es mitten im Winter ist. Und das kommt Liesel schon ein bisschen komisch vor. Denn Liesel hat eine Gabe. Liesel kann bestimmte Dinge sehen, die andere Menschen nicht sehen. Und so warnt sie ihre Schwester vor diesen Händlern und zieht sie dann auch erstmal dort weg. Und sagt, nee, geh da nicht hin, fass das nicht an. Denn man muss sagen, dass Liesel auch mit einem Glauben großgezogen wurde. Und ihre Großmutter glaubt an den Erlkönig. Und sie glaubt auch an Kobolde und alles, was mit dieser Welt zu tun hat. Und so hat Constanze Liesel ihr ganzes Leben lang Geschichten rund um den Erlkönig und Kobolde erzählt. Und hat halt auch immer gesagt, nehmt euch in Acht vor den Händlern auf den Markt. Das ist nicht das, was ihr zu sehen glaubt. Und all solche Sprüche hat sie da halt immer abgelassen. Deswegen ist Liesel auch immer ein bisschen vorsichtig. Denn wie gesagt, sie hat eine bestimmte Gabe. Sie kann bestimmte Dinge sehen und spüren, was andere Leute nicht können. Und ja, trotz allem ist es so, dass Liesel dann Käthe aus den Augen verliert auf diesem Markt. Und als sie sie wiederfindet, sieht sie, wie sie in einen Pfirsich beißt. Und der Pfirsich ist von diesen ominösen Händlern. Und diese Händler sind weg. Also Käthe steht jetzt nur noch da mit diesem Pfirsich in der Hand. Und dieses Fruchtfleisch, es ist blutrot und es ist einfach alles nicht ganz normal. Und Käthe ist von diesem Moment an auch ein bisschen merkwürdig. Sie scheint irgendwie wie in Trance zu sein und alles nicht mehr so richtig wahrzunehmen. Und Liesel beschleicht ein ganz, ganz unwutes Gefühl. Und als Käthe dann am nächsten Tag auch noch verschwindet und Liesel sie nicht finden kann, hat sie eine ganz, ganz böse Vorahnung, was mit ihrer Schwester passiert ist. Denn es ist so, dass der Erlkönig jeden Winter die Grenze der Unterwelt überschreiten kann und sich eine neue Frau sucht, damit es wieder Frühling werden kann. Und Liesel vermutet jetzt, dass der Erlkönig sich ihre Schwester geholt hat. Und ob Liesel es schafft, ihre Schwester wiederzufinden und was das alles um die Legende mit dem Erlkönig zu tun hat, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Von der Handlung her kann ich dir sagen, dass das Buch wirklich schwer für mich einzuschätzen ist. Auf der einen Seite war die Handlung im Großen und Ganzen wirklich okay und wirklich gut. Aber die Handlung hatte einfach für mich so viele Fehler. Da waren Logikfehler drin, da waren Übersetzungsfehler, schätze ich mal, teilweise auch mit drin. Und da waren halt auch Sachen in dieser Handlung drin, die ich einfach nicht nachvollziehen und verstehen konnte. Und deswegen bin ich da wirklich sehr gemischte Gefühle, was die Handlung betraf. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen war die Handlung gut. Also sie hat mir schon gefallen. Also ich habe das Buch ja auch relativ schnell jetzt gelesen, innerhalb von drei Tagen, obwohl ich jetzt dachte, dass aufgrund dieses Schreibstils ich absolut mit der Geschichte nicht so zurechtkomme und länger brauche. Aber das ging dann doch alles leichter von der Hand wie gedacht. Deswegen, ich würde sagen, von der Hand her war es wirklich so echt durchwachsen bei mir. Es gab Passagen, die fand ich wirklich richtig toll. Und es gab auch Passagen, die haben mich einfach nur total verwirrt. Und da kam ich mit der Geschichte überhaupt nicht zurecht. Deswegen würde ich sagen, im Großen und Ganzen war die Handlung okay. Also wir geben dem Ganzen mal so ein Mittelmaß. Es war ein okay von der Handlung her. Was die Charaktere betrifft, muss ich leider sagen, dass ich damit so überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Also ich fand die Entwicklung, die manche Charaktere in dem Buch gemacht haben, richtig gut. Aber ich kam mit unserer Protagonistin überhaupt nicht zurecht. So gar nicht, gar nicht. Ich habe diese Frau einfach nicht verstanden. So 0,00, 0,00 nix. Die hat in Selbstmitleid gebadet. Die hat sich in Selbstmitleid gesuhlt. Die hat sich selbst klein gemacht. Die hat den ganzen Tag nur mie, 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 mie. Keiner liebt mich. Ich bin hässlich. Ich bin die kleine, stille Schwester, die keiner sieht. Ich muss immer nur alle betuddeln und machen. Und oh, ey, das ging mir echt auf den Sack. Und das hörte nicht auf. Das hörte einfach nicht auf. Das ging das ganze Buch durchweg, ging das so. Warum kann diese Frau sich nicht entwickeln? Also Liesel macht dann schon eine Entwicklung durch in der Geschichte. Aber man merkt halt trotzdem immer noch ihre Zweifel. Bis so kurz vorm Ende. So ich würde sagen, vielleicht so 30 Seiten vorm Ende hat es bei ihr dann vielleicht auch mal Klick gemacht. Und sie ist ein bisschen anders wie vorher. Und sie ist selbstsicherer und weiß halt auch Dinge anders einzuschätzen. Aber bis wirklich so kurz vorm Ende, ich kam mit ihr einfach nicht klar. Und auch diese eine Szene, ich habe es nicht verstanden. Ich möchte jetzt hier nicht spoilern. Ich werde das so machen, ich werde hintendran nochmal zwei, drei Szenen aufgreifen aus dem Buch und erzählen, was mich so verwirrt hat, damit ich euch das irgendwie ein bisschen erklären kann. Das sind dann aber nicht spoilerfreie Sachen, deswegen hänge ich das dann jetzt einfach mal hinten an. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, kam ich mit Liesel leider überhaupt nicht zurecht. Was den Erlkönig anbelangt, habe ich auch echt gedacht, der ist so ein bisschen schizophren. Also, ja, also der war mir jetzt auch nicht so ganz geheuer. Wobei ich sagen muss, dass ich ihn im Laufe der Geschichte immer besser verstehen konnte und das auch nachvollziehen konnte teilweise, warum er sich so gegeben hat, wie er sich gegeben hat. Aber so wirklich durchgeblickt habe ich da jetzt auch nicht. Was aber auch an der ganzen Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wurde, lag und wie die Geschichte geschrieben wurde. Ich komme da jetzt hier gleich mal zum Schreibstil. Ich muss sagen, dass dieses Buch für mich jetzt kein normaler Roman ist, wie es draufsteht, sondern für mich ist es ein Roman, ein Märchen und auch ein Stück weit eine Ballade. Also, gerade was diesen Schreibstil anbelangt, hat mich das sehr an die Balladen erinnert, die wir halt auch in der Schule immer gelesen haben. Und es war teilweise wirklich schwierig zu lesen für mich, weil ich am Anfang kam mich überhaupt nicht damit klar und dann wurde es aber immer besser. Und dann kam ich auch mit dem Schreibstil relativ gut zurecht. Aber was ich halt immer nicht verstanden habe, waren die Metaphern auf diese Musik. Es ist hinten zwar ein Glosser drin, wo dir bestimmte Ausdrücke der Musik erklärt werden, aber ganz ehrlich, wenn ich das Buch lese, ich will nicht jede zweite Seite in diesem Glosser nachschlagen, um zu gucken, was der Scheiß heißt, was die da erzählt. Und das hat mich echt genervt. Das hat mich echt genervt, diese ganze Verbindung zu Musik. Also, es geht in diesem Buch wirklich vom Thema her sehr viel um das Thema Musik, klassische Musik. Geige spielen, Klavier spielen, komponieren, interpretieren von Musik. Und wenn man kein Mensch ist, der damit was anfangen kann, ist dieses Buch wirklich schwierig. Und dann würde ich auch sagen, Leute, lasst lieber die Finger davon, dann ist das nichts für euch. Ich muss sagen, bei mir ging es noch. Also, ich bin jetzt auch nicht so der musikalische Mensch, aber ich kam noch damit zurecht. Aber wie gesagt, Leute, die damit so gar nichts anfangen können, die können auch mit dieser Geschichte, glaube ich, nichts anfangen. Und das ist wirklich echt schwierig bei diesem Buch. Also, es ist definitiv durch seine ganze Art und Weise was Besonderes und für mich auch was, was aus dieser ganzen Masse heraussticht. Aber es ist halt dadurch auch echt was komplett anderes. Und man muss sich darauf einlassen können, auf diese Geschichte. Deswegen bin ich da noch ein bisschen zwiegespalten. Weil, wie gesagt, ich hatte schon echt so meine Probleme, gerade mit Liesl als Hauptcharakter. Und auch mit dem Erlkönig bin ich ja, wie gesagt, nicht so ganz warm geworden am Anfang. Das ging ja dann aber zum Ende. Aber durch dieses ganze Drum und Dran und durch diese ganze Art und Weise bin ich echt zwiegespalten, was ich für diesen Buch halten soll. Weil, wie gesagt, einerseits hat es mir richtig gut gefallen, gerade durch diese Eigenheiten. Und ich mochte auch die Geschichte sehr. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so... Hä? Ich verstehe es nicht. Ich bin verwirrt. Ich blicke nicht richtig durch bei allem. Könnt ihr mir das mal bitte jemand erklären? Wisst ihr, was ich meine? Also, ich bin da wirklich so im Zwiespalt von... Ich finde es ganz, ganz toll und es ist nicht mein Buch. Ich möchte jetzt nicht sagen, scheiß, aber es ist nicht mein Buch. Also, ich denke, dass, wenn ich jetzt nochmal zwei, drei Nächte drüber geschlafen habe, die Seite von Es gefällt mir schon überwiegen würde zu Ich bin verwirrt und kann mit dem Buch nichts anfangen. Denn, wie gesagt, im Großen und Ganzen fand ich die Geschichte schon sehr interessant. Gerade da das ja eine Geschichte ist, die vom Setting her in Deutschland spielt. Sie spielt in Bayern und sie hat so die typischen Züge von einem Märchen, wie man sich das halt auch so vorstellt. Also, auch das ganze Umfeld und das ganze Drum und Dran ist halt alles sehr, sehr märchenhaft. Auch was die Beschreibungen betrifft und die Orte betrifft. Und das hat mich halt alles voll so an die alten Grimms-Märchen halt auch erinnert. Und das fand ich auch wieder richtig cool. Also, deswegen, ich bin echt bei diesem Buch sehr zwiegespalten. Ansonsten kann ich zum Setting aber auch nur sagen, dass es mir gut gefallen hat. Ich mochte die Beschreibungen, ich mochte die Umschreibungen, ich mochte die Szenenbeschreibungen, ich mochte die Interaktionen, wenn ich sie denn verstanden habe und ich total verwirrt war. Also, was das Setting betrifft, hat es mir gut gefallen. Ich mochte die Beschreibungen und Umschreibungen in der Geschichte sehr. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, dass das Buch wirklich durch seine ganze Art und Weise, wie gesagt, für mich diese Mischung aus Romanen, Märchen und Balladen, was ganz, ganz Eigenes hat und was Besonderes hat, wo man sich drauf einlassen können muss. Also, ich würde hier jedem empfehlen, lest euch die Leseprobe durch zu diesem Buch, bevor ihr es euch kauft. Wenn ihr nicht tausendprozentig sicher seid, dass euch das Buch gefällt, dann lest da lieber erst mal rein und guckt, ob es was für euch ist. Denn, wie gesagt, es ist was sehr, sehr Eigenes und wirklich was anderes einfach mal. Also, was das betrifft, fand ich es wirklich gut, weil es halt wirklich mal wieder was anderes ist. Aber es hat mich teilweise wirklich sehr, sehr verwirrt zurückgelassen und damit komme ich jetzt einfach mal zu dem Punkt, wo ich euch mal zwei, drei Szenen aufgreifen möchte aus diesem Buch, um euch das mal zu erklären. Wer nicht gespoilert werden möchte, schaltet jetzt bitte an dieser Stelle ab. Ihr seid gewarnt. Ansonsten, alle anderen, bleibt jetzt einfach dran und ja, wir kommen mal dazu, was mich denn so verwirrt hat. Mal abgesehen von diesen ganzen musikalischen Begriffen und Metaphern, die hier drinne vorkamen, gab es einfach Szenen, die ich einfach nicht verstanden habe. Bevor ich euch die erste Szene sagen kann, muss ich euch das kurz vorher erklären, sonst ist das, glaube ich, zu verwirrend. Also, es ist so, dass Liesel dann den Erlkönig heiratet und sich ihm freiwillig als Opfer gibt, damit ihre Schwester halt befreit wird. Und es ist so, die Frauen, die sich dem Erlkönig freiwillig geben, um halt seine Frau zu werden, damit es wieder Fröhling werden kann, diese Frauen sterben. Die Kobolde und alle, die in dieser Unterwelt leben, ziehen die quasi ihre Lebenskraft aus diesem freiwilligen Opfer und dadurch wird Liesel mit der Zeit immer schwächer werden, bis sie dann irgendwann stirbt. Und der Erlkönig hat das immer so beschrieben, je heller eine Kerze brennt, umso schneller brennt sie runter. Das heißt, je mehr Leidenschaft und Intensivität Liesel in eine Sache investiert, umso heller leuchtet ihre Kerze, umso schneller. Und ja, es war dann so, dass Liesel ja jetzt nun einen Ehemann hat und Liesel wollte mit diesem Ehemann auch die Ehe vollziehen. Der Ehemann, der Erlkönig, wollte aber die Ehe nicht mit ihr vollziehen, weshalb sie wieder, mi, 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 ich weiß, ich bin hässlich, ich weiß, du hast mich nicht freiwillig geheiratet, mi, mi, mi und böses Drama. Und ja, am Ende hat sie dann noch einen Versuch gestartet und er hat dann aber gesagt, nein, jetzt schenkst du mir deine Musik und dann werde ich mich dir hingeben, wo ich schon dachte, so, boah, mir wird schlecht. Und ja, auf jeden Fall kam es dann quasi kurz, auf jeden Fall war es dann so kurz vorm Akt und er wollte es dann irgendwie immer noch nicht, war aber zu scharf auf sie, auf gut Deutsch gesagt. Und sie meinte dann, ja, du musst das jetzt machen, um mich zu brechen, damit ich wieder ich selbst sein kann. Und das habe ich einfach nicht verstanden. Also sie will freiwillig von ihm, ihr wisst schon, weil sie einfach scharf ist auf den Typen, aber gleichzeitig soll er sie währenddessen brechen, damit sie wieder sie selbst sein kann. Verstehe ich nicht. Habe ich absolut nicht verstanden. Weil wie soll er sie denn brechen, wenn sie freiwillig mit ihm, also der hat dann auch nichts Schlimmes gemacht, in dem Moment mit ihr, was jetzt irgendwie sie brechen könnte. Aber am nächsten Tag war sie ein komplett anderer Mensch. Zumindest laut ihrer Interpretation. Und das sind so Sachen, die habe ich einfach nicht verstanden. Und dann war da eine Szene, bevor die geheiratet haben, wo Liesl mit dem Erdkönig gewettet hat, dass wenn sie den Ausgang findet aus dieser Unterwelt, sie mit ihrer Schwester gehen darf. Und dann irren die durch diese Gänge und auf einmal hat sie Dreck im Mund. Und ich denke mir so, hä? Also sie hat dann irgendwelche Melodie gehört und irgendeinen Ausgang gesehen und auf einmal wird sie von ihrer Schwester zurückgezerrt und sie kriegt keinen Luftbärner Dreck im Mund. Und das war so eine Sache, die habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also sie war dann wie in Trance. Das habe ich schon verstanden, dass sie wie in Trance war. Und dann dachte ich mir nur, aber warum lässt ihre Schwester sie dann aus dem Dreck fressen, wenn... Warum hat die die nicht gleich zurückgehalten? Warum muss sie das aber Stickungstod leiden, dass ihre Schwester da was unternimmt? Und... Also das waren so Kleinigkeiten, über die ich auch gestolpert bin. Und dann war da eine Stelle, später in dem Buch, da hat er geweint. Also er hat auch geweint, nachdem sie den Akt vollzogen haben. Ich auch mal gelacht habe. Entschuldigung. Er war scharf auf sie, sie war scharf auf ihn. Sie haben beide... Es ist im beiderseitigen Einvernehmen getan. Und er fängt danach erstmal an zu weinen. Ich bin ein Monster. Ich bin ein Monster. Ich verdiene deine Gnade nicht. Und sie sagt, nein, nicht meine Gnade, aber meine Dankbarkeit. Äh! Ja, auf jeden Fall liegt er da und weint. Und sie streichelt ihm das Köpfchen und irgendwann schlafen sie ein. Und ja, später in der Geschichte, dann weint er nochmal. Und da sagt sie, ich hätte nie gedacht, dass der Ehrkönig weinen kann. Und ich denke mir so, hat er doch schon. Hat er doch schon geheult in eurer Hochzeitsnacht. Verstehe ich jetzt nicht. War wahrscheinlich dann irgendwie wieder so ein Logikübersetzungfehler, was auch immer. Aber das waren so Sachen, die haben mich genervt. Und dann auch diese Sache mit den Wechselbelgern. Die habe ich auch nicht so ganz verstanden. Das wurde zwar erklärt, was jetzt schlussendlich ein Wechselbalk in dieser Geschichte ist, aber ich habe es irgendwie nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nicht. Also das waren halt so Sachen, die durch diese A, die Geschichte zu erzählen, für mich einfach unverständlich waren und die mich da echt teilweise sehr verwirrt haben. Und ich verstand auch die Familie von Wechsel nicht. Also der Vater säuft den ganzen Tag nur. Ihre Mutter ist unzufrieden mit ihrem Leben, hält aber das Wirtshaus am Laufen. Ihre Schwester ist die Schöne, das doof ist und trägelt da den ganzen Tag durch die Gegend. Ihr Bruder soll großer Geigenspieler werden und sie ist die ungeliebte Tochter. Ja, weil sie ist halt nun mal die Ältere, aber da ist sie doch auch selber dran schuld. Dann soll sie ihre Schwester verdammter Scheiße in den Arsch treten, dass die auch endlich was macht. Also, und auch dieses, dieses, was mich halt auch echt genervt hat, war diese, dieses, dieses sich selbst klein machen von Liesel, ne. Sie ist, sie hat eine Begabung, sie kann halt schöne Musik komponieren. Aber ihr Vater hat gesagt, nee, du bist eine Frau, du kannst das nicht, wir bilden deinen Bruder aus, der kann schön Geige spielen. Der ist jetzt hier, der Held der Familie. Und, ähm, Liesel hat das einfach so hingenommen. Sie hat dann nicht mehr komponiert, sie hat das alles nur noch für sich getan, in ihrem Kopf, in ihren Gedanken und mit ihrem Bruder maximal zusammen, dass sie sich da hingesetzt hat und komponiert hat und immer so, ach, ich trau mich nicht, ich bin eine Frau, niemand wird meine Lieder hören wollen. Das hat mich echt genervt. Ich meine, klar, zu der Zeit, wo das Buch spielt, war es halt noch so, dass Frauen, ne, ihr wisst und so, aber ich, oh, das hat mich echt genervt. Dieses, 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 mi, 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 mi von Liesel die ganze Zeit. Bin ich schön, keiner liebt mich, müh, das ging mir echt auf den Keks. Also, wie ihr seht, ich bin mit diesem Buch absolut zwiegespalten. Dann, wie gesagt, vom Grundansatz her, von der Geschichte, fand ich es schon eigentlich ganz cool, auch von der Idee mit dem Erlkönig und auch dieses, dieses Mischmasch aus Roman, Ballade und dem Ganzen, fand ich auch eigentlich ganz cool. Wie gesagt, meine Meinung ist hier, was dieses Buch betrifft, wirklich sehr, sehr zwiegespalten. Einerseits hat es mir wirklich gut gefallen, was diesen Ansatz der Geschichte betraf und auch diese Besonderheit mit dieser Art und Weise das Ganze zu erzählen. Aber andererseits hat es mich auch genervt, dieses ganze Musikalische, diese ganzen Metaphern und wie gerade sagt, und halt auch Liesel hat mir halt auch wirklich die Geschichte schon ein bisschen verhagelt mit ihrer ganzen Art und Weise. Deswegen bin ich da echt noch so ein bisschen im Zwiespalt, aber jeder, der Bock auf ein etwas anderes Buch hat, der Bock auf eine Geschichte mit sehr, sehr vielen Eigenheiten hat, wer Bock auf eine Geschichte hat, die in Deutschland spielt und sich um den Erlkönig dreht, was ja eine deutsche Legende in dem Sinne ist, der sollte sich Wintersong auf jeden Fall angucken. Und wie gesagt, ich würde jedem empfehlen, vorher die Leseprobe einmal gelesen zu haben, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, dass ihr euch darauf einstellen könnt, ob es was für euch ist oder nicht. Und dann werdet ihr auch glücklich mit der Geschichte. Und ja, mehr gibt es zu diesem Buch eigentlich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Das war meine kurze Buchvorstellung zu Wintersong von S.J. Jones. Ich sollte an dieser Stelle vielleicht auch noch erwähnen, dass das ein erster Teil ist, dass dieses Buch ein offenes Ende hat und ja, dass ich eigentlich schon sehr gespannt bin, wie es mit Liesl und dem Erlkönig weitergeht. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wann und ob und wie und was dieses Buch weiter übersetzt wird, ehrlicherweise. Das müsste ich vielleicht mal noch tun. Und ja, ansonsten gibt es an dieser Stelle auch nicht mehr zu sagen, außer ich bedanke mich vielmehr fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.